Gude! Ei, ei, Gude? Du, heute habe ich ein anderes Problem. Mein Freund ist Rührei. Der kommt aus Kroatien und braucht für sein Land Passfotos. Mir geht's genauso. Mein Bekannte, das Bamberger Hansche, der braucht Visumsfoto für USA. Ah. Du, ich werde mich in dem Fotostudio Stugraffo am Merianplatz erkundige. Ja, das mache ich auch. Gehen wir zusammen hin? Ei, Gude! Ich habe jetzt die Vorgabe für mein Freund das Rührei. Die habe die Größe wie bei uns. Aber der Pupillenabstand muss 8 bis 10 Millimeter sein. Sonst bekommt er seinen Ausweis nicht. Ich weiß jetzt auch die Vorschriften für das USA Visum. Also, kein Schmuck, Karabrill, 5 x 5 cm groß und es gibt's auch als Datei. Mit meinen Infos gehe ich jetzt zu meinem Rührei, dass es sein Passfotos machen lassen kann. Das mache ich auch. Da wird sich das Bamberger Hörnchen aber freue. Also, mach's gut, mein Dickknoll. Ist doch auch schön, wenn man anderen helfen kann. Also, tschüss! 식 kakt Schick Zipping St Rolling